Wenn Sie die Vision haben, Sie wollen die Welt verändern und diese Vision auch Ihren Mitarbeitern vermitteln können, dann gibt es in diesem Unternehmen eine Energie, die ist ungebremst. Welche Kraft steckt in Visionen? Wie entzünden wir das Feuer? In uns selbst und in den Mitarbeitern? Diesen Fragen geht die Managementberaterin Margit Müller auf den Grund. Sie steht für Entwicklung von Visionen und Leitbildern, die Wirkung entfalten. Mir ist es wichtig, mit meinem Vortrag Menschen wieder zu inspirieren, sie mutig zu machen, wieder zu träumen und kreativ zu sein. Ihnen eine Idee davon zu geben, welche Kraft in der Vision steckt. Mein Eindruck ist, wir sind heute sehr damit beschäftigt, Verpflichtungen nachzukommen und unsere Pflichten zu erfüllen. Und ich möchte gerne, dass Menschen wieder anfangen zu träumen, weil ich davon überzeugt bin, dass das Leben sehr viel lebenswerter und lebendiger ist und dass wir viel glücklicher sind, wenn wir Träume haben, für die wir brennen, die in uns zum Ausdruck kommen wollen. Margit Müller ist überzeugt davon, dass Menschen gerne ihr Bestes geben und Spaß an Leistung haben. Ihre Vision, das Beste aus Unternehmen, seinem Management und seinen Mitarbeitern hervorbringen und in Bewegung setzen. Visionen sind das, wo unser Herz uns nachdrängt, was uns beflügelt und was uns beseelt. Meine Vision ist es, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vision zu entdecken. Meine Vision ist es, Menschen dabei zu begleiten, das, was ihnen in die Wiege gelegt wurde, zu entfalten, in Bewegung zu setzen und in die Welt zu bringen. Ihnen wünsche ich, so sie noch keine eigene Vision haben, dass sie ihre Vision entdecken und mit Lust und Liebe und Leidenschaft sie verfolgen. Vielen Dank. Margit Müller High Performance für Unternehmer und Management High-Roll-Beautomat 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 High-Roll-Beautomat